Was wir hier sehen, ist der neue Artex-CPA. Es ist ein Artex-CPA, der gebaut worden ist für Totalprothetik, unter anderem Modellguss und Schientechnik. Und wir schauen uns das Gerät mal an. Was hier mit reingekommen ist, ist die Retroson. Das sieht man hier an diesen kleinen Klötzeln. Ich ziehe das mal ein bisschen ran. Dass man das mal aus der Nähe sieht, da sieht man es. Die kann man jetzt öffnen. Das ist der eine kleine Klotz A. Und da geht es in den retralen Bereich rein. Und das ist der andere kleine Klotz, wenn ich den öffne. Das ist die Retroson und das ist der wesentliche Anteil. Und wenn ich die Retroson geöffnet habe und öffnet man das Santic-Schloss, dann sieht man auch, wie diese kleinen Klötzeln hier in dieser kreisenden Bewegung in den retralen Bereich reingehen. Und in diesem Bereich arbeiten eben viele Patienten, die älter sind, weil sich die Zähne im Alter runterarbeiten. Und wir aus einer hackenden Zerkleinerung der Nahrung kommen in eine kreisende Bewegung. Und dafür ist derartige Baut. Wir schauen uns das mal mit Zähnen an. So wie ist es eigentlich beim Jugendlichen aus. Wir haben eine starke Verzahnung. Damit kann man super genial seine Nahrung zerkleinern. Man sieht auch hier eine starke Verzahnung am Vierer. Also er hat einen Retralschutz drin. Im Retralbereich arbeitet man noch gar nicht, wenn man jung ist. Das sieht echt toll aus. Das gleiche sieht so, wenn man ein bisschen älter ist, ganz anders aus. Einfach mal runter Kiefer, Seitenzähne. Wir sehen jetzt überall schon Schlifffassetten im Seitenzahnbereich. Das System hat sich eingearbeitet, die Zähne sind flacher geworden. Und wenn die Zähne flacher werden, dann kommen wir aus einer hackenden Bewegung in eine kreisende Bewegung. Wie hier die Oberkieferfront können wir natürlich nicht in die Front reinkreisen, sondern es ist in den Retralbereich, also wie wir nach hinten kreisen mit den Zähnen, weil vorne die Frontzähne sind. Schauen wir uns das Ganze mal an. Ich zeige das mal, indem ich die Retroson mal zumache. Wenn die Retroson zu ist, dazu schließe ich die beiden kleinen Klötzchen. und setze jetzt einfach mal ein Modell ein. Einmal den Unterkiefer und einmal den Oberkiefer. Es ist eigentlich sehr gut zu erkennen, was das bedeutet. Ich zoome jetzt mal ein bisschen ran. Schauen wir uns das mal an. Im Seitenzahnbereich, wenn ich jetzt in die Bewegung reingehe, ich mache so den Arti auf und gehe in Rechts- und Linkslateralbewegungen rein. Und was man sieht, ist eine deutliche Entkopplung der Seitenzähne. Also die Zähne haben keinen Kontakt. Auch die inneren Höcker haben keinen Kontakt. Also die Front entkoppelt die Seitenzähne vollständig in den Protroson und Lateralbewegungen. Jetzt machen wir das gleiche Spiel mal mit geöffneter Retroson. Und das ist das, was immer so spannend ist, wenn man sich das mal anguckt. Man glaubt eigentlich gar nicht, was da alles passiert. Ich öffne die Retroson. Also der Patient oder der Mensch kann den Unterkiefer nach Retral bewegen. Gleicher Bewegungsablauf in den Bereichen, also Unterkiefer ein bisschen nach hinten. Da sieht man die Bewegung und jetzt sieht man hier die kreisende Bewegung. Und man sieht, wie stark man in die Okklusion plötzlich eintaucht. Das ist ein unwahrscheinlicher Unterschied, das mal zu sehen, was es bedeutet, mit Retroson zu arbeiten. Und in der Situation werden dann Totalprothesen-Frühkontakte eingeschliffen. Also Mörser-Pistill-Prinzip, das kreisende Bewegung. In der Öffnung werden Auflagen und Klammern eingeschliffen beim Modellbus. Da sieht man nämlich auch häufig, dass Behandler Auflagen und Klammern dann noch korrigieren müssen. Und in diesem Bereich werden auch Schienen nachgeschliffen. Weil auf Schienen sieht man häufig oder hört man auch häufig von den Behandlern, dass da noch Fehlkontakte waren, meistens im Molan-Bereich und dass diese Bereiche noch nachgearbeitet werden mussten. Gut, um das zu verdeutlichen, schließe ich den Arti nochmal. Und ich werde mir die erste Arbeit schnappen. Was haben wir gemacht, um das ein bisschen darzustellen? Wir haben also einen 28er genommen, haben das dubliert und haben es in Gips ausgegossen. Hier haben wir einmal den Unterkiefer dubliert und den Gips ausgegossen. Und hier haben wir einmal den Oberkiefer in Gips ausgegossen. Ich setze das in den Arti rein. Und jetzt wollen wir mal gucken, wie das aussieht. Eigentlich ist es perfekt aufgestellt, es ist perfekt fertiggestellt, es wurde eingeschliffen alles. Und jetzt gucken wir uns das mal an, in der Okklusion, was noch nachgearbeitet werden muss. Wie gesagt, Retroson ist geöffnet in diesem Bereich. Ich kann also den Unterkiefer nach hinten fahren. Auch da nochmal ein bisschen aus der Nähe zu sehen. Die kleinen Klötze, wie sie hier jetzt nach hinten fahren. Und ich kann diese kreisende Bewegung machen. Das hatten wir schon in dem ersten Video, was vorne zu sehen ist, am Anfang des Videos zu sehen war. Mit dieser Handkurbel der Arti, der hat genau diese Bewegung gemacht. Also Unterkiefer nach hinten, kreisende Bewegung. Und um uns das deutlich zu machen, habe ich jetzt hier einfach mal Oklopapier in schwarz. Ich lege das mal auf die Zähne im Unterkiefer, jetzt den Oberkiefer drauf. Und mache genau das. Also ich ziehe den Oberkiefer nach vorne, Unterkiefer geht nach hinten und mache die kreisende Bewegung. Und jetzt schauen wir mal, wie das in der Okklusion aussieht. Und jetzt sieht man mal in der Okklusion, wie stark da eigentlich noch Kontakte vorhanden sind. Gerade in Lateralbewegungen, hier sieht man sehr starke Kontakte, im hinteren Bereich sieht man sehr starke Kontakte. Auf der Seite, hier auf den Höckerabhang, sieht man einzelne starke Kontakte. Wenn der Patient genau diese Bewegung macht, führt das das zu, dass die Prothese instabil sitzt. Also dass die auf der Schleimhaut arbeitet. Und dadurch, dass die auf der Schleimhaut arbeitet, also sozusagen schaukelt, kommt es dazu, dass der Patient Druckstellen bekommt. Also der Zahntechniker öffnet Retroson, macht kreisende Bewegungen und öffnet leicht die Okklusion durch Einschleifen. Dieses Mörderpistillprinzip beißt sich ein, was der Patient eigentlich erst im Mund macht. Manchmal über Monate mache ich hier mit den ARTI über die geöffnete Retroson in wenigen Sekunden. Und somit sitzt die Prothese stabiler beim Patienten im Mund. Verursacht keine Druckstellen und eben keine Nachbearbeitung für den Behandler. So, das ist so ein bisschen die Totalprothetik. Gehen wir aus der Totalprothetik raus mal in den Modellus. Und wir haben einfach mal auf ein ganz normales Modell mal so ein paar Auflagen aufgewachsen. Wir haben einfach nur ein bisschen Wachs genommen, haben da Auflagen aufgewachsen, so wie es beim Modellus eigentlich aussieht. Und haben das in ARTI gesetzt und haben dann alle Bewegungen abgefahren und sind alle Bewegungen abgefahren. Und haben geschaut, ob da irgendwas stört. Und haben im Wachs das so lange nachbearbeitet, bis es gepasst hat. Jetzt gucken wir uns das gleiche an. Im ARTI wieder mit der schwarzen Folie. Letzen die drauf, öffnen den ARTI und gehen jetzt wieder in den Retralenbereich rein. Also das gleiche Spiel wieder und die kreisende Bewegung. Tief in der Okklusion auf den Zähnen in der kreisenden Bewegung. Hier sieht man das sehr gut, wie extrem da eigentlich noch die Fehlkontakte sind. Und das sind die Bereiche, die der Behandler dann im Mund im Metall nacharbeiten muss. Was sehr aufwendig ist, keinen Spaß macht. Und wenn man das im Vorfeld gemacht hat, ist man eigentlich beim Behandler der Held, muss man mal so sagen. Modellus nicht nacharbeiten zu müssen in Auflagen und Klammern, ist für den Behandler sehr angenehm. Aber es macht keinen Spaß und er hat auch nicht das richtige Werkzeug dafür. Jetzt ist so ein bisschen das Thema Schienen. Wir haben hier im Unterkiefer mal eine Schiene zu sehen. Da sieht man sie fertig auf dem Cut-Camp-System. Eigentlich sehr perfekt die ganze Geschichte. Und dann haben wir im Cut-Camp-System einfach mal die Retro-Zone ausgestellt, sodass diese kreisende Bewegung gar nicht gemacht worden ist. Und gucken uns mal an, was für Steuerkontakte wir da in der Okklusion noch finden. Und wo der Behandler dann die Schiene bei der Einprobe oder der Fertigstellung nachkorrigieren muss. Gleiches Spiel wie vorher schon. Okklu-Papier draufsetzen. ATI öffnen. In den Retralenbereich. Und wieder das Ganze kreisen lassen. Man sieht hier einzelne Kontakte, die noch da sind. Hier im Seitenzahnbereich. Da sieht man so einen kleinen noch da. Und auch auf der anderen Seite in den Lateralbewegungen. Das sind also keine zentrischen Kontakte, sondern das sind wirklich in den Lateralbewegungen. Frühe Kontakte. Und diese Bereiche öffnet man noch ein bisschen. Man öffnet die Okklusion. Schleift das noch ein bisschen weg. Und die Schiene sitzt dann schon sauber. Gut, das war so ein bisschen der Ausflug in den neuen ATIX CPR. Der draußen das Leben erleichtern wollte. Er schließt die Lücke zwischen den großen und den kleinen ATIX. Und wie gesagt, ist da angesiedelt, wo Kunststofftechniker arbeiten. Also im Bereich Totalprothetik, im Bereich Schienen. Und wo die Techniker aus dem Modellbus arbeiten. Also die ganzen Auflagen und Klammern zu korrigieren. Das war sehr. Vielen Dank.